Hallo meine Süßen, ich möchte heute gerne eine kleine Verlosung für euch machen. Und zwar habe ich mich unheimlich gefreut, als ich gesehen habe, dass es schon 54 Abonnenten sind. Finde ich total toll, vor allem weil sich das innerhalb von drei Tagen so ergeben hat, dass nochmal 20 neue dazugekommen sind. Einfach super, deswegen wollte ich mich mit einer kleinen Verlosung bei euch bedanken. Gut, also ich habe jetzt Sachen, die ich sehr gerne mag, nachgekauft, beziehungsweise in der letzten Zeit schon mal darauf geachtet, dass ich, wenn ich etwas gerne gemocht habe, vielleicht zweimal mitgenommen habe. Da ist jetzt ein bisschen was zusammengekommen und ich dachte, ich mache es so, dass es drei Gewinner gibt. Erstmal habe ich hier zusammengestellt, eins meiner Lieblingsparfüms, das habe ich bei Douglas gekauft für euch. Amour Amour von Chocherelle, 30 Milliliter. Und dazu gibt es dann bei dem Gewinn drei P2 Nagellacke, die auch zu meinen Liebsten gehören. Das ist einmal hier der Forever 690. So sieht er aus. Den mag ich sehr, sehr gern. Das ist so ein schönes Altrosa. Dann habe ich hier von P2 nochmal den 650 Fever, ein glänzendes Rot. Und der dritte P2 Lack, so cool, 570, auch von P2, ja, wie schon gesagt, den liebe ich über alles. Gut, also das wäre dann das erste Paket. Dann habe ich als nächstes meine Lieblingsprodukte momentan, die ich fast täglich benutze, nachgekauft. Und einmal ist das die I Love Extreme Mascara von Essence. Die ist wunderschön schwarz und macht richtig, richtig voluminöse Wimpern. Die kann ich nur empfehlen. Dann habe ich von Essence ein Lipgloss, Stay With Me. Die Farbnummer steht jetzt nicht drauf. So sieht er aus. Ein schönes Rot, den mag ich total gerne über roten Lippenstift. Und der hält auch sehr lang und ist nicht so klebrig. Und dazu noch I Love Style Liquid Eyeliner von Essence. Den benutze ich immer zusammen mit der I Love Extreme Mascara. Ja. Und als drittes habe ich was ganz, ganz anderes für euch. Und zwar habe ich mir vor einem halben Jahr ein Kleid bei H&M gekauft. Und weil es mir so gut gefallen hat, ich weiß auch nicht so genau, weil ich dachte, vielleicht kann ich es ja meiner Freundin schenken, aber es ist noch nicht die Gelegenheit dazu gekommen, dachte ich, ich verlose es gerade an euch. Ich stelle mich am besten mal hin, dass ihr richtig seht, wie das aussieht. Moment. So sieht es aus. Es ist ein Jeanskleid in der Größe S. Also ihr könnt sehen, es ist noch nicht gebraucht, es hängt noch alles dran. So sieht es aus, verschiedene Lagen und es ist ganz, ganz toll. Also ich trage das auch total gerne meins. So ein mittelblauer Jeansstoff. Und es geht, wie ihr seht, ich bin ziemlich groß, geht, also es ist schon ziemlich kurz, aber eben sommerlich. Und oben kann man es zubinden. Hinten hast du einen Reifverschluss. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und zu dem Kleid dazu gibt es noch von H&M zwei Paar Armbänder. Und zwar sieht das eine so aus. Das fand ich auch ganz, ganz toll und habe es zweimal gekauft. Es ist hier so zum Verschließen. Also hat ein, ist außenrum Gold und dann hat es ein weiß-grau-schwarzes Muster. Und das zweite Armband ist braun. Kann man es sehr schön kombinieren und es ist wie das erste, sodass man das verschließt, also dass es so einen coolen Verschluss hat. So sieht das zweite Armband aus. Gut. Das war es jetzt. Ich hoffe, euch gefallen die Gewinne. Ich mache es jetzt so, dass die Verlosung zwei Wochen lang läuft. Also auf den Tag in zwei Wochen. Und als Voraussetzung setze ich natürlich, dass ihr mich abonniert. Beziehungsweise schon ein Abonnent von mir seid. Und schön wäre es, wenn ihr das Video zu euren Favoriten hinzufügt. Und schreibt mir irgendeinen Kommentar. Am besten, welche Videos ihr von mir am liebsten mögt. Beziehungsweise was ihr gerne sehen möchtet. Ich freue mich total über Vorschläge. Ich werde das dann über random.org, heißt das glaube ich, auslosen. Ja. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.